Hey Leute, wir bauen heute eine Wurmkiste. Ah! Du bist verheddert! Was ist das? Ist doch Kleber! Du liest uns die Bauanleitung vor? Ja, wir brauchen einen Seitenteil und dann müssen wir die Holzstügel reinklopfen. Ist Sonntag, darf man nicht so laut sein. Nummer 2, eine Seitenwand reinstecken und kleben bitte. Oh, profimäßig sieht es aus. Guck mal, guck mal, guck mal. Wir brauchen die Membran. Wir brauchen die Membran. Was ist denn die Membran? Mineralmischung. Ne, das ist sie nicht. Ich glaube, die Membran ist ein Holzstück. Mit einem schwarzen Vorhang drin. Jetzt da so reinschieben. Gut? Ja. Jetzt kommt der Kleber einmal hier drauf. Dann packen wir das hier so drauf. Iron Man! Ja, super. Jetzt müssen wir das hier ziehen. Hier mache ich jetzt die Griffe rein, damit man das Ding auch transportieren kann. Okay, Leute. Jetzt kommt die Schnur. Zeig mal. Und jetzt schieben wir das Trennlochblech hier rein. Ah, siehste? Da haben wir schon den ersten Blutstropfen. Deswegen kommt jetzt der Kantenschutz, damit soweit nicht normal passiert. Hier rein schieben. Alles klar. Und jetzt kommen die Würmer in die Kiste. Die sind noch klein. Hä? Das sind Babys? Eine Wohnbabys, ja. Und die kacken nachher die schöne Erde aus. Sieht sich ganz tief rein. So, alle Würmer raus. So, und jetzt mischen wir noch diese diese nasse Pappe hier unter. Das essen die doch nicht, oder? Doch, die futtern es. Und guck mal, hier sind doch diese Zwischenräume. Da krabbeln die auch gerne rein. Die krabbeln in ihr Essen? Und oben rauf jetzt noch diese Hanfmann. Alles super. Check! Für alle ist cool. Wurmkiste, check. Ein Wurm sagt zu seiner Verlobten, wenn du mich nicht heiratest, schmeiß ich mich vor einen Huhn. Und da gibt es den Menschen. Der Mach das ist die Schaden. Verlust das ganze Zeit, wenn du mich nicht alles öffnest, weiß ich ihn. Vielen Dank.